Zwei Häuser, gleich an Würdigkeit, im schönen Verona, unseres Stückes Ort. Durch alten Groll zu neuem Kampf bereit, wo Bürgerhand bringt Bürgern Mord. Aus dieser Feinde unheilvollem Schoß das Leben zweier Liebender entsprang, die durch ihr unglückseliges Ende bloß im Tod begraben elterlichen Zank. Der Hergang ihrer totgeweihten Lieb und der Verlauf der elterlichen Wut, die nur der Kindertod von Dannen trieb, ist nun zwei Stunden lang der Bühne gut. Was dran noch fehlt, hört mit geduldgem Ohr, bringt hoffentlich nun unsere Mühe hervor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017